Lasst uns zusammen spielen! Okay, Spaß beiseite, ich bin Donnef204 und ich habe heute mein drittes Let's Play hochgeladen bzw. live gestreamt von Vampires5, ein Spiel von Christian. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, das Video, könnt ihr es natürlich noch nachholen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir weitere Spiele zukommen lasst. Ich habe jetzt eins von mir selbst gespielt, Sprunt Swords, ein sehr altes und weniger gutes Spiel, zusammen mit Niki und Mimi. War relativ lustig, auf jeden Fall zusammen. Dann haben ich und Mimi zusammen Flask gespielt und jetzt habe ich alleine, weil niemand Zeit hatte, Vampires5 gespielt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir weitere Spiele zukommen lasst. Ich werde als nächstes, habe ich mir vorgenommen, von The Luigi Player, genau, hier das Mallman zu spielen. Ich kenne mich nicht so aus mit Game Yolts, aber auf jeden Fall kann ich das hier spielen und downloaden. Ich weiß nicht, ob ich mich anmelden muss, um es jetzt hier zu liken oder zu kommentieren. What do you think? Ja gut, scheinbar muss man sich anmelden, macht ja auch Sinn. Ähm, ja, aber vielleicht mache ich das extra nur, um das zu kommentieren und ich hoffe, dass man es downloaden kann oder spielen kann, ohne sich einzuladen, aber es ist egal. Game Yolts habe ich mal gehört. Ähm, ich weiß nicht genau, was das ist, worum es da geht, spielt auch keine Rolle. Und ihr müsst auch nicht unbedingt, das ist jetzt ganz wichtig, RPG-Maker-Spiele mir zukommen lassen. Schreibt hier in die Kommentare, falls ihr Interesse habt, mir euer Spiel zukommen zu lassen, wir finden dann schon irgendwie einen Weg. Und wie gesagt, es muss nicht für einen RPG-Maker sein, es kann auch komplett selbstprogrammiert sein oder mit irgendeiner anderen Engine, wie, ähm, den Game Creator oder Unity oder Unreal oder was weiß der Geier, ähm, gemacht worden sein. Aber es kann natürlich auch mit dem RPG-Maker gemacht werden, äh, gemacht worden sein. Ähm, äh, tut mir leid, kleiner Versprecher. Wie gesagt, als nächstes würde ich Maulman spielen und danach ist eigentlich leider Gottes alles offen. Gut, dann haben wir das Thema abgehakt, worüber ich sprechen wollte, dann kommen wir zum nächsten Thema. Wie gesagt, Let's Plays, falls ihr die noch nicht gesehen habt, findet ihr in meinem Kanal. Ich werde auch die Playlist in die Videobeschreibung packen und oben rechts im Video mal als Info reinpappen. Da könnt ihr jetzt draufklicken und dann kommt ihr zu der Playlist, wenn alles klappt. Gut, dann das nächste Thema. Das nächste Thema wäre dann auf meiner Liste, dass Nafatari mich abonniert hat vor, keine Ahnung, kurzem. Das kann gar nicht so lange her sein. Ich dachte eigentlich, dass sie mich bereits abonniert hat. Äh, Nafatari, du solltest dich schämen. Auf jeden Fall hat sie viele von meinen Videos vorher schon geguckt, das weiß ich. Und halt auch viele Kommentare geschrieben. Oder relativ, also eine Handvoll Kommentare oder so. Egal. Und ein paar Videos von mir hat sie auf jeden Fall auch gesehen. Dass sie mich noch nicht abonniert hatte. Hm, ja, gut, passiert. Aber egal, kommen wir zum anderen Punkt. Das bedeutet, dass sie uns bemerkt hat, ähm, das ist schon mal nicht schlecht und dass sie mal wieder online war. Das ist auch ziemlich cool, also dass sie noch lebt. Höchstwahrscheinlich. Und ja, und dementsprechend geht meine Aktion natürlich auch weiter, Nafatari zu abonnieren. Bitte abonniert Nafatari. Auch der Link wird dann in der Videobeschreibung sein. Und noch zusätzlich, falls ihr bei Twitter seid. Und falls nicht, meldet euch da einfach an. Das kostet nicht viel, äh, außer ein bisschen Zeit. Ihr könnt da auch irgendwelche Fake-Daten angeben oder was auch immer. Ist mir sowas von pop egal. Dann geht ihr hier auf Nafatari's Profil. Werde ich auch natürlich, ähm, verlinken. Den Link werde ich euch zur Verfügung stellen. In der Videobeschreibung oder oben rechts in der Info. Werdet ihr, ähm, wenn das denn, obwohl ich glaube, externe Seiten kann ich glaube ich nicht in die Info pappen. Aber auf jeden Fall in die Videobeschreibung kann ich es packen. Aber ihren YouTube-Kanal kann ich, ähm, in die Info packen, glaube ich. Egal. Ähm, auf jeden Fall, ähm, auf Twitter folgt ihr einfach. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr das macht. Ist auch nicht so schwierig, denke ich mal. Hier einfach auf Folgen drücken. Das ist jetzt nicht so schwer. Hat sie ein paar Sachen hoch, äh, also gepostet, getwittert. Ist jetzt nicht so spannend jetzt, weil die letzten Tweets auch hier von 2017 sind, wenn ich das so richtig sehe, so schon ein bisschen älter. Schon fast zwei Jahre mittlerweile hier die letzten Tweets. Hier von September 2017, hier, äh, August schon. Also im Grunde, wie gesagt, schon fast zwei Jahre her. Und ja, ich folge dir hier. Und nochmal eine kleine Aktion von mir. Aber das werde ich dann, ähm, im nächsten Livestream, und dann kommen wir zur nächsten Sache. Im nächsten Livestream werde ich das dann auch noch, äh, besprechen mit euch. Weil wir werden weiter dafür sorgen, dass Nefertari, ähm, auf uns aufmerksam wird. Hallo Nefertari, ich weiß, du hasst mich, ähm, ähm, mal hier nochmal, ähm, das folgende möchte ich nochmal sagen. Ich möchte nicht, dass Nefertari sich gezwungen fühlt, zurückzukommen. Darum geht es gar nicht. Das ist gar nicht wichtig. Es geht mir nur einzig und allein darum, a, euch auf ihre Videos aufmerksam zu machen, die ziemlich gut sind. Und b, sie darauf hinzuweisen, dass ihre Arbeit wertgeschätzt wird. Ähm, und das heute noch, und das wahrscheinlich auch in den nächsten zehn Jahren, keine Ahnung, jetzt übertrieben dargestellt. Das, was sie geleistet hat, hat einfach nicht jeder gemacht. Das will ich hier an dieser Stelle noch sagen. Im Grunde gab es eine deutsche RPG-Maker-Community, die, und die gibt es auch heute noch, die, keine Ahnung, mehrere tausend Leute beinhaltet. Aber sie allein hat sich hingesetzt und über 100 Videos gemacht. Und, also Tutorials. Und da kenne ich eigentlich außer mir und ihr nur noch Alias, der das auch gemacht hat im deutschsprachigen Bereich. Ich glaube, vielleicht noch hier, ähm, oh Gott, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Jetzt komme ich tatsächlich nicht auf den Namen. Dings noch. Oh, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Egal, mir würden da jetzt auf Anhieb nur vier Leute einfallen, die das gemacht haben. Und sie hat auf jeden Fall in der letzten Zeit, also jetzt die letzten zwei Jahre nicht, aber, also in der Zeit, wo ich weg war, hat sie viele Videos hochgeladen. Und das ist schon ziemlich beeindruckend, was sie da geleistet hat. Und darauf will ich einfach nur aufmerksam machen. Es geht nicht darum, dass ich, ähm, eine Fatale zu irgendwas zwingen will oder zu irgendwas bewegen möchte. Es ist schon mal cool, dass sie überhaupt auf mich aufmerksam geworden ist, scheinbar. Also mal wieder, nachdem sie, ähm, schon einige Sachen kommentiert hat von mir, ist sie auch nochmal aufmerksam geworden, scheinbar, dass ich über sie spreche. Okay, genau, und dann kommen wir schon zur letzten Sache, mein Flappy MV. Ähm, soweit sind wir mittlerweile schon. Flappy MV, Press Up to Fly. Und wir werden dann demnächst mit der grafischen Ausarbeitung beginnen, um genau zu sein, morgen. Und in diesem Livestream morgen werde ich dann auch nochmal das Thema Nefertari ansprechen. Und es, ich werde jetzt an dieser Stelle nochmal ein anderes Thema ansprechen. Ähm, ich möchte Special Sanks hinzufügen, also einen speziellen Dank an meine Zuschauer. Aber, das ist natürlich alles nicht so einfach. Ich kann, upsala, ähm, nicht einfach rausfinden, wer mich abonniert hat und wer meine Streams guckt. Das ist ein bisschen knifflig für mich. Und außerdem weiß ich nicht, ob ich eure Erlaubnis dafür habe, ähm, eure Namen, ähm, in so ein Special Sanks, äh, Credits Fenster zu schreiben. Oder, wenn es mehrere Namen werden, die nicht alle reinpassen, dann halt mehrere, äh, Fenster mit Special Sanks. Also quasi, oder ein Lauftext halt mit Special Sanks. Und das würde ich gerne machen, dass ich quasi, ähm, einfach danke an meine Zuschauer oder an meine treuen Zuschauer schreibe. Und dann darunter dann eure Namen aufliste von halt meinen treuen Zuschauern, die den, die den Schaffensprozess, den, äh, von FlappyMV verfolgt haben live. Und, um jetzt rauszufinden, wer meine Livestreams geguckt hat und noch guckt, ähm, würde ich es toll finden, wenn ihr einfach in die, äh, in den Chat schreibt beim nächsten Livestream oder beim übernächsten. Also ich werde das Spiel wahrscheinlich nicht beim nächsten Livestream fertig machen. Also ihr habt da wahrscheinlich noch eins, zwei Livestreams Zeit oder drei. Okay, ähm, einfach in den Chat reinzuschreiben, das muss, ihr müsst auch nur kurz onkommen, ihr schreibt in den Chat einfach rein, ähm, keine Ahnung, hallo, ich möchte so und so in den Credits heißen. Mehr, mehr müsst ihr da nicht schreiben, ihr müsst also auf gut Deutsch eigentlich nur eine Bestätigung geben, dass ihr das möchtet, dass ihr in den Credits auftauchen möchtet. Und da, halt, besonderen Dank an meine Zuschauer oder so. Und ihr schreibt halt, wie ihr da dort genannt werden wollt. Okay, zum Beispiel, wenn der Herr Evermore Secret, um ihn mal als Beispiel zu nennen, der, glaube ich, bei fast jedem Livestream wenigstens mal kurz fünf Minuten dabei war, ähm, um ihn mal als Beispiel zu nennen, wenn er das jetzt machen, ähm, ähm, wollen würde, dass er in den Credits auftaucht, dann schreibt er einfach jetzt in die, in den Chat rein, ja, dass, ähm, dass er das möchte. Schreibt rein, keine Ahnung, hey, Don, du alte Socke, ich möchte natürlich in deinem Special Saints auftauchen, schreib einfach, ähm, Evermore Secret als Namen hin. Dann weiß ich, wie ich ihn nennen soll in den Credits und das wäre halt sehr vorteilhaft für mich, das zu wissen. Also einfach in den nächsten 1, 2, 3 Livestreams mal kurz und wenn es nur eine Minute ist, online kommen, in den Chat reinschreiben, wie ihr in den Special Saints genannt werden wollt. Und dann werde ich das natürlich ins Spiel integrieren, auch am besten sofort und nicht, dass ich dann die Namen vergesse. Also ich werde es dann am besten sofort integrieren, achte drauf, dass ich das dann auch mache vielleicht und dann ist alles in Ordnung, wenn ich das gemacht habe. Nicht, dass ich das im Chat irgendwie überlese, das kann ja auch durchaus mal passieren. Aber im Großen und Ganzen würde ich mich freuen, wenn ich euch, also meine Zuschauer, meine treuen Fans mehr oder weniger, die mich teilweise hier schon seit 10 Jahren oder 9 Jahren mehr oder weniger verfolgen oder seit 8, 7 Jahren, das spielt ja gar keine Rolle. Oder erst seit einer Woche, das spielt, wie gesagt, gar keine Rolle, die mich verfolgen. Und wenn ihr dann da irgendwie auftauchen wollt und das Special Saints, das wäre schon ziemlich cool, wenn ich das irgendwie machen könnte. Aber ich, wie gesagt, ich brauche da ein bisschen eure Hilfe. Ich kann es nicht einfach so machen. Das ist halt, und ich brauche auch eure Erlaubnis mehr oder weniger dafür. Und das ist halt natürlich dann dementsprechend wichtig. Gut, ich glaube, ihr habt es verstanden. Wenn nicht, könnt ihr auch in die Kommentare hier nochmal nachfragen, wie ich das genau meine. Dann erläutere ich das natürlich nochmal, falls ihr irgendwas nicht verstanden habt. Wer keine Zeit hat, in Zukunft meine Streams zu gucken, aber bereits ein Stream von mir geguckt hat, also zu FlappyMV, und das halt auch nachweisen kann, indem er zum Beispiel was im Chat geschrieben hat, irgendwann mal. Oh, da war ich tot. Weil den Chat kann ich, glaube ich, noch einsehen. Müsste ich mal kurz gucken. Den Chat kann ich, glaube ich, noch einsehen. Hier haben wir ihn. Ja, genau, den Chat kann ich hier noch einsehen. Und dann kann ich, ja, relativ gut nachvollziehen hier zum Beispiel, dass er hier auch den Stream irgendwann mal geguckt hat. Und dementsprechend könnte er dann auch einfach, er sagt ein, äh, oder er schreibt hier in die Kommentare einfach rein, welchen Stream und an welcher Stelle ich das Kommentar finde. Also im Chat. Und dann würde ich ihn natürlich auch hinzufügen, auch wenn er jetzt keine Zeit hat, die nächsten Streams zu gucken. Das wäre ja nicht das Problem. Er hat ja schon mal reingeschalten und wäre dementsprechend ein treuer Zuschauer, der das Projekt, A, ermöglicht hat. B, das Projekt überhaupt, ähm, mit mir zusammen, ähm, vorangetrieben hat. Und mir vielleicht sogar geholfen hat. Ja, und vielleicht jemand, der mit mir ein bisschen Spaß hatte, mehr oder weniger. Ist auf jeden Fall, denke ich mal, eine tolle Sache, euch irgendwie zu danken. Warum kann ich das spielen? Achso, ist es noch offen. Ja, ähm, das ist, denke ich, mal eine tolle Sache. Wie gesagt, morgen die Uhrzeit kann ich jetzt noch nicht sagen. Ihr könnt auch gerne mal hier in die Kommentare schreiben, was ihr für eine Uhrzeit bevorzugen würdet. Morgen am Montag, den 12. August. Dann könntet ihr das auch hier gerne in die Kommentare schreiben, was ihr für eine Uhrzeit bevorzugen würdet. Dann würde ich mich versuchen, danach zu richten. Aber ich kann natürlich auch nichts versprechen. Nicht, dass ihr jetzt irgendwas schreibt wie, keine Ahnung, um 23 Uhr oder so. Da habe ich dann vielleicht keine Zeit, weil ich dann vielleicht mich schon ins Bett gelegt habe und schlafen möchte. Das würde dann vielleicht nicht gehen. Und das ist vielleicht auch ein bisschen kurzfristig, weil ich euch im Grunde einen Tag vorher frage. Aber vielleicht seht ihr das Video hier bis morgen dann noch. Und dann könnt ihr morgen früh vielleicht auch nochmal in die Kommentare schnell schreiben, wann ihr morgen Zeit hättet für den Livestream. Gut. Ähm, ja. Das war eigentlich im Grunde alles. Ich spüre noch hier schnell die Runde zu Ende. Kann ja nicht so lange dauern, bis ich sterbe. Und dann werden wir uns auf jeden Fall mit der grafischen Ausarbeitung befassen beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass ich das hinkriege. Aber ich denke mal schon. Warum sollte ich das nicht hinkriegen? Sollte eigentlich kein Problem sein. Das nächste Projekt ist auch schon geplant, was nach Flappy MV gemacht wird. Und ich bin gespannt. Und das Flappy MV Projekt soll ja dann auch noch zu einem Tutor... Oh, fah, 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 da war ich zu langsam. Da habe ich zu langsam reagiert. Egal. Soll ja zu einem neuen Tutorial werden. Und das mache ich dann natürlich auch. Und werde es dann nochmal kurz und knapp alles erklären, was ich da gemacht habe. Ihr könnt das Projekt dann auch runterladen und selbst nochmal zerpflücken und analysieren. Wie gesagt, und ich werde auf jeden Fall noch andere Beispiele zeigen, die man mit der gleichen Technik im Grunde erstellen kann. Gut, ja, das war es jetzt im Großen und Ganzen. Wirklich jetzt, ich rede mal ein bisschen viel, aber es waren noch drei Themen mehr oder weniger. Also meine Let's Plays, Nefertari und mein Flappy MV Livestream. Genau, und wie gesagt, Tutorials. Ich hatte jetzt die letzten Wochen keine Zeit tatsächlich und auch nicht die Nerven wirklich dafür, Videos zu machen. Aber ich werde auch weitere Tutorials auf jeden Fall demnächst machen. Aber darüber sprechen wir dann vielleicht ein andermal. Auf jeden Fall werde ich noch Tutorials machen. Also das kommt auf jeden Fall. Alleine schon Flappy MV wird auf jeden Fall ein Tutorial. Das wird ziemlich cool, denke ich mal. Und das werde ich anhand von anderen Beispielen, wie gesagt, auch noch zeigen, die man mit derselben Technik machen kann. Und ich will nicht zu viel spoilern, aber ich versuche dann so ein Weltraumspiel zu machen. Und das werde ich dann im Tutorial zeigen. Dann habt ihr schon mal zwei Beispiele, die ihr erstellen könnt. Und einmal hier so ein Flappy MV oder Flappy Bird Klon und einmal dann so ein Weltraumspiel mehr oder weniger, wo man halt Sidescroller oder wie man die auch immer nennt, ich habe keine Ahnung, wo man von links nach rechts fliegt und abschießt. Das ist im Grunde das Gleiche, wie das, was ich hier mache. Nur halt, dass man dann noch eine Taste zum Schießen hat und keine Ahnung, Asteroiden, äh Asteroiden so rum zerschießt oder andere Raumschiffe zerschießt, die vielleicht auch zurückschießen. Sowas in der Richtung, ihr versteht schon, was ich meine. Also es soll jetzt auch nicht so kompliziert werden. Genau, da halt Asteroiden ausweicht. Gut, das war es jetzt aber wirklich. Mann, ich sage immer, dass es das war und dann rede ich noch weiter. Schrecklich. Gut, ähm, tschüsseli, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Wie gesagt, bei Fragen einfach in die Kommentare. Folgt in der Fatari auf Twitter. Twitter, 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 da haben wir es. Ihr könnt Mole Man mal spielen. Würde ich mich freuen, wenn ihr es vielleicht schon vor mir spielt. Oder während ich es live streame, dann könnt ihr es dann währenddessen nebenbei spielen vielleicht. Das wird bestimmt ziemlich lustig, denke ich mal. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Aber es ist halt nur ein kurzes Arcade-Game. Aber ich denke mal, es wird cool. Das wird richtig nice. Also ich freue mich schon drauf. Oh, Language. Man kann sogar die Sprache aussuchen. Das ist auch ziemlich cool. Das ist immer wichtig, dass ich das auf Deutsch spielen kann. Nein, Quatsch. Ich weiß nicht, ob das auf Deutsch gemacht hat, aber ich denke mal schon. Wenn man schon die Sprache auswählen kann, wird das schon Deutsch und Englisch genommen haben, mindestens. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwo steht. Egal. Ich werde auf jeden Fall auch den Link hier dazu zu dem Spiel in die Beschreibung packen. Genau. Und ja, den Link hier auch zu dem Twitter-Profil von der Patari folgt ihr bitte. Und wenn ihr euch dafür extra bei Twitter anmeldet, dann macht das, verdammte Axt. Sorgt dafür, dass sie bemerkt, dass sie gebraucht wird. Und genau, aber dazu kommen wir dann im Livestream nochmal zurück, weil der Livestream dreht sich mehr oder weniger ja um Nefertari und um Flap-BMW. Gut. Genau. Und schickt mir bitte eure Spiele, damit ich noch mehr Let's Playen kann. Ich freue mich immer, eure Spiele zu spielen. Flask und Vampires 5 waren ziemlich cool. Von Pegismo und Christian. Und ich hoffe einfach, dass ich noch andere schöne Spiele spielen kann von euch. Die dürfen auch ein bisschen kürzer sein. Also, wie gesagt, hier, das war jetzt auch nur eine Stunde Spielzeit oder Pegismo. Hier, Flask war auch nur eine Stunde, 20 Spielzeit. Also, das ist jetzt auch nicht die Welt. Die Sprunz Wars war mit Sheets zwei Stunden, also ohne Sheets könnte man schon mit fünf Stunden rechnen, Spielzeit. Also, das hat schon ein bisschen mehr Spielzeit als die anderen beiden. Aber, ähm, man muss auch sagen, mit Sheets ist das schon eigentlich der normale Spiel, die normale Spielweise für Sprunz Wars. Egal. Gut, das war's jetzt. Mensch, jetzt war's wirklich. Jetzt war's, das, 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 das war's jetzt. Okay, Tschüss, Ali, bis zum nächsten Mal. Schickt mir bitte eure Spiele. Und schreibt ein bisschen, ein bisschen was in die Kommentare. Ich würde mich freuen, euch mal zu lesen. Viel Spaß noch mit meinen Videos. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.